Ich habe das schon geahnt, dass das jetzt richtig übel wird hier. Wo kommen sie denn? Da kommt einer, da kommen zwei. Eine Spinne dabei. Dann erstmal hier. Vielleicht schaffe ich es. Ich werde es versuchen. Ei! 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 Die Spinne ist das, was mir am meisten Sorge macht. Kann ich da rauf nehmen. Von hier aus nicht. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Hier auf unserem Gemeinschaftssurfer von Andrina Games, Jason Dax und meiner Wenigkeit. Und der Jason hat hier gesagt, wir haben, hat ja die gute Idee gehabt, wie er gesagt hat, ich nehme, miete so einen Server und da werden wir dann zu dritt mal so das Unwesen treiben, in Form von Videos erstellen und Livestreams und so weiter. Und da versuche ich jetzt so ein bisschen Beine auf den Boden zu kriegen, was mir ehrlich gesagt ziemlich schwer fällt hier, weil alles schon weggelotet ist. Ne? Ich bin das selber nie schuld. Da ist echt was. Guck mal, das ist so eingemeuert. Ne, das ist aber kein Händler. Nein, das war ja vorher auch schon da. So, komm her, du küsst auf die Mütze, damit ich in Ruhe nach Hause gehen kann. Ich finde wieder nichts zu trinken. Hallo? Ich bin doch nicht unsichtbar. Siehste, der da mit seiner grünen Kapuze, da weiß ich, er war erfahrungsgemäß, der braucht immer eine extra Einladung. Naja, hier kommen nämlich auch die Leute raus, wenn man das kaputt kloppt da. Wie spät ist denn das? Boah, das ist ja schon halb zehn. Verfluchtigkeit. Hä? Ja, hau mal das Auto. Ist mein Ping so schlecht oder was ist damit? So, jetzt liegt der aber. Ja, der muss mal ein paar Mal mehr drauf hauen. Was ist eigentlich hier? Ja, nischt. Ja, schaffe ich das noch bis nach Hause? Eher nicht, ne? Was machen wir denn jetzt hier? Ich meine, was soll das auch für eine Folge sein, wenn ich irgendwo in der Ecke sitze und die Nacht abwarte? Mach ich ja sonst ganz gerne mal, gerade so, bevor ich ein bisschen besser ausgestattet bin. Ist ja nix. Dann würde ich sagen, gehe ich mal so ein bisschen in die Richtung. Denn da hinten müsste dann Händler kommen, nur macht der ja jetzt auch zu, ne? Das bringt mir alles nix. Aber ich kann ja schon mal gucken, ob der denn da ist. Aber ich sollte vielleicht nicht unbedingt irgendwie jetzt in ein anderes Biom gehen, ne? Da hätte es auch noch irgendwelche Bären kämen. Hunger, Durst, ja. Was ist denn da? Ich bin aber neugierig. Ich sehe da hinten irgendwas. Ist das Händler? Müsste eigentlich. So nach meiner Erinnerung. Da ungefähr war doch die, die Yen immer. Ist ja vielleicht noch sogar auf. Aber da würde ich eh rausfliegen. Das schaffe ich so nicht. Da muss ich warten bis tomorrow. Ist ja hier auf dem Server so eingestellt. Sehr kurze Nächte. Ich glaube um drei Uhr ist offiziell die Nacht schon zu Ende. Das geht also relativ zügig. Habe ich mein Geld mit? Nö, ach wozu denn? Aber das ist doch gar nicht Händler da. Das ist doch was anderes, ne? Kurz vor zehn, Leute. So früh im Spiel. Noch keine Schusswaffe. Und so kränklich wie ich. Mit so wenig Leben. Sich nachts nicht irgendwo verkriechen. Ist absolut nicht meine Art. Das ist mal ganz was Neues. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht sagen, oh ich bleib hier die Nacht über und verdurste dann elendig oder so. So, jetzt haben wir Nacht. Ich hab sogar keine Ausdauer. Oh, guck mal da. Ist ja nicht so leicht zu treffen, ne? Ah! War das jetzt drüber oder drunter? Ein bisschen höher. Jawoll! Das ist manchmal nicht so leicht zu treffen. Aber das hole ich mir doch jetzt. Ja, schon. Hä? Ne, das ist mein. Da lässt du mal schön die Finger von. Das ist mir. Jetzt bin ich ganz froh. Oh, shit. Dass die Zombies nachts nicht rennen können. Äh, oder? Es gibt wenigstens Fleisch. Das kann ich dann... Boah. Jetzt geht's halt schon wieder los. Doch, da ist doch ne Fahne. Da ist das Verbrannte. Und da ist Händler. Hä? Ist doch so, oder? Ich hab übrigens vergessen in der letzten Folge den Händler, wo ich war, auf der Map zu markieren. Das mach ich doch sonst. Da war doch grad wer. Ah, jetzt haben wir alles. Was haben wir denn jetzt? 20? Naja. Die könnte ich essen. Ich muss auch was essen. Das ist mal auf hier. Da, Tierfett. Oh, ist das eklig. Ach, Harzerl. So, pass auf, den müssen wir jetzt erstmal... Rapper Rasky. Können wir den auch schon mal... So. Hier, Tierfett. Essen. Essen. Na ja, gut. Essen. Tierfett findet man ja immer mal diese Kadaver auf dem Boden. Also da kann man mit klarkommen, ne? Das ist immer so frustrierend, dass sie gerade was gefuttert hat. Du bist hungrig. Und weg ist Harzerl. Ja. So in der Nacht anfangen ist dann... Oh, rot. Rote Augen. Das ist jetzt gefährlich. Ja, ist Nacht, ne? Bleibt liegen. Wenn die rote Augen haben, dann sind die infizierter, dann sind die böser, dann sind die hartnäckiger. So, gucken wir mal hier. Ist das jetzt ein Händler? Ja, nee, oder? Weil ich habe die Fahne gesehen, aber es ist ja nicht hier dieses Rivers-Dings, White Rivers, sondern das ist ja... Ne, Amerika-Flagge, dann ist das da. Aber hier ein Stück weiter müsste das doch eigentlich sein. Ich glaube, das ist in dem anderen Biom da, ne? Kann das sein? So ein Fläschchen, so ein Pelican-Wasser, was würde ich das feiern, ey? Da habe ich so bestimmt auch alles schon... ...weggelootet worden. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als in der Nacht jetzt hier rein zu marschieren. Lustig, locker, fromm und frei. Und dann ist halt auch noch ein Dreier. Ah, ja, ja. Kann man nicht vielleicht überhaupt... Ja. 1A. Ja, jetzt kommen die noch an. Ich bin hier schön auf eine Miene gelatscht. Habe ich mich jetzt erschrocken. Jetzt merke ich, das kommt langsam in den Fußspitzen an. Boah. Heiligsblechle. Ich wollte nur gucken, ob ich vielleicht da den Bus looten kann. Erscheine auf meinem Bett. Erscheine bei meinem Bett. Erscheine bei meinem Rucksack. Soll ich beim Rucksack erscheinen? Da sind jetzt aber massenhaft Zombies. Ich mache das aber. Hä? Um Dach? Wo, 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 wo? Da. Sieben Kilometer. Oh, guck mal. Da ist Loot, ey. Aber da sind auch Zombies, ne? Das ist ja mal klar. So, Rucksack leer. Den kann ich aber doch bestimmt holen, oder? Wenn ich jetzt hier runterspringe, dann kriege ich wahrscheinlich übelst aufs Schnauze. Ich kann ja hier auch nirgendwo raus, ne? Das ist ja der Hinterhof. Oder? Aber das bei Rucksack, das kann natürlich dann schon mal auch helfen. Ich weiß gar nicht. Siehste, das meinte ich. Oh ja. Ach da. Und gleich die Hirse weg. Oh, guck mal. Hier kann ich noch looten. Was ist da? Was ist da? Werkstatt, Schmieden, Werkbänke, Zementmischer, Verbessert, Handwerker, mhm, mhm, mhm. Oh, kann ich looten? Was haben wir denn da gekriegt? Zweier. Was ist da? Na, guck ich gleich nach. Ich muss erst mal meinen Rucksack holen. Oh, hier ist Kleidung, ne? Oh, und Wasser. Ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Ich hab das schon geahnt. Das hat jetzt richtig übelisiert hier. Wo kommen sie denn? Da kommt einer. Da kommen zwei. ne Spinne dabei. Dann erst mal hier. Vielleicht schaff ich's. Ich werd's versuchen. Ei! 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 Die Spinne ist das, was mir am meisten Sorge macht. Kann ich da rauf nehmen. Von hier aus nicht. Wer war denn das noch? Da noch einer. Ausdauer holen. Oh, Scheibenkleister. Mensch, Jason, wenn du das eingestellt hättest, ist das hier jetzt noch rennen, ne? Dann wär ich so dermaßen kaputt hier. Hauptsache, sie lootet noch in den Müllbeuteln rum, weißt du? Äh, ja, das ist das Wichtigste. So, da hinten ist noch, wer hab ich gesehen? Da sind noch ein paar weitere. Lelele. Jetzt muss ich ein bisschen strategisch vorgehen, dass ich die schöne Reihe nachflege. Da war noch ein... Da wissen wir ja, dass wir da ein bisschen zu tun haben, ne? Da kloppen sich noch einige raus. Ich sollte ein bisschen zusehen. Ei! Scheibenkleister, ey! Wie? Ach ja, ich hab gar keine... Ich hab ja gar keine Pfeile. Wo hatte ich denn den einen Pfeil her? Schaff ich das noch, bevor der hier ist? Aber wisst ihr was? Äh, mein Hunger- und Durstproblem ist jetzt erstmal... ...ein Stück weit beseitigt. Sonst hau ich nur gegen das Schild. Das hat keinen Zweck. Das reicht, wenn du gegen das Schild klopfst. Aber die haben ja keine verlierende Ausdauer, ne? Noch ein. So, einen noch, hä? Nee! Oh, vorbei. Bist du böse? Verstehe ich. Wäre ich auch. So, jetzt geht's wieder. Bam! Jetzt bleibt aber liegen. Mein Gott, noch eins. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich weiß nicht, wie lange der Rucksack liegt. Hundehütte! Und... Ach, jetzt ist das auf der anderen Seite. Das kann doch nicht sein. Guck mal, da ist aber... Nicht, dass noch so Dinger liegen hier. Und jetzt steht's halt auch noch im Chat. Juh, der ist gestorben. Nee, 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 nee. Ja. Ach, guck mal, da ist wer. Ach so. Ich wollte... Ich hab ja keinen Pfeil. Wie mach ich denn das jetzt? Hab ich wahrscheinlich gerade ein paar Zombies mitgenommen, wa? Pass mal auf. Hopp! Schleichmodus? Ach so. Tatsächlich. Da ist noch eine. Aufpassen jetzt hier. So, Rucksack. So, ne? Jo. Was ich hier alle hab? Ist ja unglaublich. Guck mal, das muss... Nee, das muss... Da hin. Äh... Stein, Holz, Holz, da hin. Wo sind die Steine? So, das ist nötig. Das müssen wir jetzt weglassen. So. Ja, jetzt bin ich aber hier raus. Ich muss da wieder rein. Da war noch ein... Oh! Nee, ne? Wie blöd bin ich eigentlich? Ich hab's überlebt. Aber richtig, richtig knapp. Hilft das eigentlich hier, wenn ich ordentlich esse, dass ich dann mich schneller erhole? Jetzt kann ich nur erstmal warten, bis ich mich wieder erholt hab davon. Ich hab aber keine Verletzung oder so, sonst was, ne? Nur die Gesundheit ist so runter. Wenn ich jetzt eine gescheuert kriege, dann bin ich wahrscheinlich direkt tot. Ich kann jetzt nix machen, außer... ...irgendwo... ...warten, dass ich mich ein bisschen erholt hab. 16! Boah! Scheiße! Was ist denn das noch? Achso, die Flasern, ja. Verdammt, normal. Das ist aber kein, oder? Nein, das ist halt nicht... Ich hab das nicht gesehen. Klar, aber nachts läuft man auch in so eine... Was ist halt eine Dreier hier rum? Klar, natürlich wird jedermann... 17, oh Mann, ey! Da ist da auch wer, oder? Naja, da bewegt sich da was. Kann aber auch ein Ast sein. 17. Naja, hier sehe ich wenigstens rechtzeitig. Am besten, wer jetzt kommt so eine Hundemäute an oder so ein Zombiebär. Kann das sein? Ich glaub, normalerweise war das doch so in der alten Version immer, wenn man mit einem so schlecht ging. Wenn die Gesundheit runter war, man am Hungern war oder so, dann kamen auch in dem grünen Bio, manchmal kamen dann die Geier an und haben ihn angegriffen. Naja. Ist ja bisher offenbar nicht so. 18, das dauert ewig, ne? Was mach ich denn jetzt am besten? Gar nichts, ne? Ich werde jetzt einfach mal hierbleiben und einfach mal warten und gar nichts machen. Zu trinken habe ich nichts. Ich habe nur so ein dreckiges Wasser. Aber da müssen wir auf jeden Fall rein. Ich habe da jetzt auch schon so ein bisschen was gemacht, aber ich muss erst mal warten, bis ich mich ein bisschen erholt habe. Kann das auch nicht erweitern. Da habe ich einen Punkt. Ich mache eine Pause. Ich hole euch gleich wieder dazu. Ich werde einfach hier sitzen bleiben ein bisschen und mich erholen, weil so kann ein Zombie schon reichen, wenn ihr mir eine scheuert, dass es das war. Und dann steht wieder im Chat, dass ich gestorben bin. Muss ja nicht sein. Ich habe jetzt eine ganze Weile hier gehockt. Ihr seht, wir haben jetzt schon halb drei. Das geht sehr langsam. Wenn Sie bei 32 leben, das ist immer noch sehr, sehr wenig. Aber ich will es auch nicht ewig lange warten. Jetzt werden wir erst mal die da. Dann wird man die auch noch am Haken haben. Uns vorknüpfen. Ich denke mal, mit einem Leben von 32 sollten wir im... Ach, jetzt hat die auch noch rote Augen. Ja, 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 ja. Jetzt kommt die auch noch angerannt. Nicht aufstehen mehr. Uh! Ne, dass die mir nicht dann noch ins Kreuz fallen kann. Ich will da nämlich wieder rein. In der Hoffnung, irgendwie was Brauchbares zu finden. Essen, trinken, vor allen Dingen trinken. Gut, das ist noch Nacht. Das ist mir jetzt auch groß. Aber ich meine... Ist nicht schon um drei Uhr die Nacht offiziell zu Ende. Jetzt pass aber auf, dass sie nicht wieder auf so eine Mine latscht. Mann, Mann. Manchmal bin ich auch schusselig. Hatte die doch, glaube ich, vorher noch gesehen. Ach ja, da brauchen wir die... Ah, guck mal hier. Brauchen wir die Dietrich hier für... Eine ganz normale Dietrich? Oder wie? Ich bin schon überladen, ne? Was war das? Hä? Ach ja, ich wollte ja da in den Hof. Da war ja einiges zu looten. Jetzt will ich mal eben gucken. Lass mich doch mal erstmal hier schnell die Munition machen. Dann haben wir schon mal wieder Plätze frei. Das schreddere ich nämlich jetzt. Nicht so gern. Das verkaufen. Kann ich da hinten irgendwo raus? Oh! Bäm! 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 Oh, scheiße! Falsche Ecke. Ich muss da hin. Hoffentlich spuckt der nicht. Ne, 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 ne. Das war nicht mein Herz, was geklopft. Aber ich habe einen draufgekriegt. Scheiße! Schon wieder auf 20 runter. Ich will doch wieder hin, auf die andere Seite. Da ist doch noch allerhand. Blut. Oh, da komme ich so gar nicht hin jetzt, ne? Boah, mit 20? Also ich hatte, weiß nicht, was hatte ich? 33, so 13. Was hat die mir gehauen, ne? Und wenn ich hier... Oh, Mann. Mit 21 Leben. Aber wir haben inzwischen... Warte mal, guck mal. Kann ich eigentlich... Warum nehme ich das denn nicht? Hilft mir das doch sicher. Ja, pff. Total vergessen. Wie blöd bin ich eigentlich? Ich hau schon die Spiele durcheinander, glaube ich. Boah. Ja, bäms. War doch gut, oder? Ich kenne das nicht so genau. Mä, 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 mä. Benutzen. Weggeschmissen. Das ist prima, dass ich das habe. Benutzen. Da kann ich schneller rennen mit, ne? Ja, sicher. Mein Gott. Oh, ho, 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 ho. Hm. Was haben wir hier? Ach, die Nacht ist zu Ende. War doch die Melodie gerade, ne? Äh, äh, Sperren. Ja, Sperren. Ich arbeite eigentlich nicht so mit den Sperren. Das ist schon wieder, weil das ist ja richtig viel Zeug hier. Was ist das denn jetzt? Knüppel. Ja. Ich kann Zweierknüppel bauen. Das mache ich jetzt natürlich sofort. Ja, selbst verfreiligt. Knüppel weg. Knüppel in den Sack. Schreddern. Ich möchte hier ehrlich gesagt nicht weg... Oh. Verschlossen. Bevor ich... Da draußen... Oh, guck mal. Bevor ich... Da den Loot. Ich hätte noch gar nicht darüber springen sollen. Ey. Wie komme ich denn da hin? Oh, guck mal. Ich habe volle Gesundheit. Aufpassen. Wie kostet... Oh. Bäm. 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 Ah, der war schon totglut. Da. Ja, mach mal die Tür auf. Das ist auch eine gute Idee. Macht mir mal ruhig auf die Tür. Die ist bestimmt verschlossen sonst, ne? Nö. Na, dann komm. Ja, hier. Moinsen. Hm? Bücher. Bücher immer gut. Schädlinge. Fallen. Schädlingsbekämpfung. Fähigkeitfertigung von Fallen. Fallen? Ach so, die... Die... Die Zombiefallen, ne? Aber so Tierfallen zum Tiere fangen gibt es wohl nicht, oder? Hier ist da einer zu. Nö. Auch verschlossen. Ach, was ist da doof? Wie viel hat der denn? Lass mal gucken. Ah, tausend. Komm. Tausend kriegen wir da hin, oder? Wenn da jetzt 5000 werden, hätte ich euch das nie angetan. Ah, ja, 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 ja. Das ist eine normale Eisentür. Ich denke, so eine könnte ich dann auch bauen, wenn ich die Barren hätte. Bei mir. Ah, da sind wir schon hinten draußen. Das ist schon mal gut. Da will ich ja hin. Allzu viele Zombies dürften ja vielleicht auch nicht mehr rumlaufen. Na? Weil ich da ja schon so ein bisschen was weggeräumt hab. Aber achte gefälligst auf diese blöden Treppen hin. Und ich meine damit jetzt nicht Hunderhaufen. So, mach auf die Tür. Ich warte jetzt. Ja, ich hab ja schon eine volle Ausdauer. Oh, oh. Hier ist Sprit, oder? Das hört sich irgendwie nach einem Halbi an. Oh, guck mal, eine Schrotflinte. Da arbeite ich eigentlich nie mit. Bin ich sehr unerfahren. Die kann immer nur einen Schuss und muss ewig lange laden, ne? Aber da kann man ja mal, ne? Kann man ja mal. Das Ding aufkloppen ist, glaub ich, 5000, ne? Na ja. So, die Dinger benutze ich nie. Die verticke ich. Wieder Knüppel. Super. So, hier mach mal auf. Das ist eine Menge Zeug hier, ne? Ich hab nur so ein bisschen Sorge über die Hundehütte da. Guck mal, und Halbi hilft mit. Ich denke, man hört sich so danach an, ne? Halbi hilft mit, dass ich da dann besser auch... Gucken wir schon mal rein. Bikes, Autos. Benützeln. Dann haben wir da die Kiste noch. Okay, hier. Mod-Gegenstände. Okay, Dreier-Schippe. Schippe! Wo bist du? Da. Sudele. Ach, guck, hier ist so ein Wassersammler. Bitte, 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 nein. Was ist das? Zementmischer Mauer. Wieder eine Verbesserung. Ist da bitte Wasser drin? Ist hier bitte Wasser drin? Ne, boah, Wasser. Jetzt bleibe ich aber noch so lange zumindest hier. Oh, wo ist der Hund? Ach, guck mal. Trau ich mich da jetzt rein. Aber... Metallklappstuhl. Wenn ich denn dann mal einen Kochtopf hab, vielleicht ist ja irgendwo eine Küche hier, ne? Dann könnte ich das ja abkaufen, ne, glaube ich. Aber im normalen Lagerfeuer geht das ja nicht mehr. Ein kleines bisschen verschärft die ganze Geschichte. Das mach ich immer gerne ab, weil da kriegt man nämlich, gerade wenn man so eine Anfänger-Steinaxt hat, deutlich schneller ein bisschen Holz zusammen. So, was ist hier? Ist hier noch wer? Guten Morgen. Irgendjemand daheim? Oh, 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 bitte, 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 bitte. Ne, kein trinkbares Wasser. Zum Verrecken nicht, ey. Ihr seid so böse. Meisterkoch. Fertigkeitsfälle von Nahrung. Gegrillter Mais und gebackene Kartoffeln freigestellt. Gegrillter Mais, okay. Kenn ich gar nicht, ist neu, ne? Lass mich doch mal hier raus. Ey. Boah. Moment. Was ist das noch? Boah, ich hab so viel Zeug. Schon neun überladen. Nochmal kochen. Ja, das wäre doch jetzt blöd, wenn ich abgehauen wäre, wo das doch so ein bisschen freigeschaufelt ist schon hier. Hier hätte ich schon reingeguckt, ne? Boah, ich kann kaum mal laufen. Kann ich irgendwas loswerden? Maissamen. Knochen. Tja. Das Essen? Ja. Das mach ich. Sonst ist das echt schwierig. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, Werkzeugkiste. Die Frische! Jetzt können wir ja vorne bei den Polizeiwagen mal versuchen. Obwohl zwei ist, sei jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Sprit. Sprit. Den hatten wir schon, ne? Hier ist noch was. Aber kein Wasser. Aber kein Wasser. Ver. Recken. Nicht. Ich muss schon damit rechnen, dass irgendwo noch einer rausgetobt kommt. Was ist eigentlich mit Halbi da? Bist du fertig mit Tür aufmachen? Ich hör nichts mehr. War ich hier drin schon? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, oder? Nee. Hä? Oh. Kleiderhaufen. Ja, komm. Welche ist besser? Wo bist du? Die ist besser, ne? Hitze-Widerstand ist ein bisschen schlechter. Ja, zieh an. Dann machen wir die. Lassen wir erstmal liegen. Okay. Ah, ich hab ein Level. Ja, dann mach ich jetzt hier. Wo wollte ich das machen? Mit dem, ne, mit dem Heilwiderstand. Da kann ich ja lieber so ein Zeug benutzen. Ach, ich sammle erstmal. Boah, ich kann kaum mehr laufen, ey. Shit. Hä? Ist da was gesehen? Nee, war nur ein Schatten. Hallo? Steckt hier einer? Das wäre so typisch, dass da einer sitzt. Oder eben Lootcontainer. Oh, was sind das? Das ist ein Mod, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ist das richtig? Wenn ich den jetzt sage, verändere, ne? Leuchtet hier was? Ja, sicher. Guck mal. Da. So. Noch ein bisschen. Das sieht doch schon besser aus. Naja. Boah, wenn ich aber so lahmarschig nach Hause laufe, das kann ja lustig werden, ey. Ah, der war schon leer. Habe ich hier eigentlich den LKW schon? Öh. Jetzt macht Halbi weiter. Jetzt hat er mich gehört. Du musst da kloppen. Mach die Tür auf. Was du machst, muss ich nicht machen. Oh. What? Da ist Wasser. Da unten ist Wasser. Kann man das vielleicht trinken? Oder ist das auch dreckig? Das ist wahrscheinlich auch dreckiges, ne? Boah, muss ich nicht da reinfallen. Glück gehabt, dass ich da nicht reingeflogen bin, jetzt, ne? Boah, ich kann mich ja kaum noch hören, ey. Wo kloppt der eigentlich? Hier? Guck mal. Ey, da ist ein Getränkeautomat. Mach doch mal die Tür auf, Halbi. Bist du hier hinter? Nee. Nee, hier ist er nicht. Ist er hier? Was weiß ich? Naja, nicht so viel Rennen hier. Kann man den Bus looten? Nee, ne? Doch. Guckt ihr dann dann tatsächlich. Das habe ich versucht. Da hat mich die blöde Bombe erwischt. Hahaha. Was habe ich eigentlich an Plastik hier schon? 36. 100 kostet das, ne? Ich muss ja auch den Filter noch haben. So, wo war das, wo man runter konnte? Warte, irgendwo konnte man doch runtergehen? Warte, da hat er drüben. Soll ich da mal runtergehen? Oh, oh. Nö, ne? Nö. Das ist tatsächlich. Uuuh. Ne, da ist nichts drunter. Na gut. Jut, jut. 6 Uhr. Wenn da hinten jetzt der Händler ist, dann müsste der aufwarten. Aber dann muss ich in das verbrannte Gebiet rein. Ach, ich habe ja die Kiste noch gar nicht aufgemacht. Da, äh. Ich sehe gerade was. So, Halbi. Oder wer auch immer du bist. Mach, oh, 5000. Ist da wer? So. Se. So. 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 So, jetzt haben wir es gleich auf. Noch ein bisschen Ausdauer aufsammeln. Geht ja jetzt schneller wieder runter. Das war nur anfangs. Ah, hat das gedauert. Kann ich das alles mitnehmen? Warte, was kann ich jetzt schon mal benutzen? Schrott. Fertige Sammelwerkzeugen. Benutzen. Dann hier, glücklich, Handfeuerwaffe, Feuerfähigkeit, fertige Handfeuerwaffen. Benutzen. Oh, das ist klasse. Den kriegen wir bestimmt in die Hose rein. Den ziehe ich an. Den kann man nur zerlegen. Ja, und wegschmeißen eigentlich. Der hier rein, okay. Und was haben wir da noch? Oh, guck mal, wir haben Platz. Ganz schön voll. So. Ich habe überlegt. Wir gucken mal. Da ist ja dieser Getränkeautomat da drin. Da würde ich gerne reingehen. Ansonsten in die Richtung, in das Verbrannte. Wenn mich nicht alles täuscht, ist da nämlich ganz nah schon dabei. Ein Händler. Dann könnten wir ein paar Sachen vielleicht verticken. Hä? Wo bist du zu Gange? Hast du denn schon was kaputt gemacht hier? Nee, das ist nicht, ne? Hier! Guck mal! Nee, oder? Weiß der Kuckuck. Aber wenn ich jetzt hier... Das dauert dann wieder... Aber ich will da rein. Ich will da rein. Ist ein bisschen dunkel. Ich habe jetzt nicht wirklich... Ich habe keine Fackel. Ich habe auch noch keine Lampen... Lampen... Achso, Moment. Stoppi, stoppi, stoppi. Äh, ich habe doch... Nee, wo ist das hier? Da. Müsste das doch gehen. Verändern. Der geht doch, ne? Wie, der geht nicht. Geht nur in Rüstung, ne? Nur in Rüstung. Ich habe doch nichts Rüstung. Ach Mann, ist das oll. Das ist doch. Es könnte übrigens sein... Weil das ist jetzt die Folge, die am Freitag kommt, glaube ich. Am Freitag erscheint. Und abends ist ja dann der Stream, dass ich, damit das nicht zu lange wird, dann ohne euch quasi... Naja, ist auch noch kalt. ...nach Hause laufe. Ach, das noch ein bisschen Ausdauer holen. Nach Hause laufe, damit der Stream dann... Oh, hab ich jetzt erschrocken. Da ist er. Hast du es geschafft? Anstatt mir die Tür aufzumachen, haust du hier so ein Ding auf. Ach, das ist doch doof. So, pass auf. Sind da noch mehr, oder bist du alleine? Warte mal, wenn du dich nicht rührst... Bisschen taub bist du auch, wa? Hat das nicht gereicht? Ich habe dir doch so schön eine verpasst. Aber das finde ich auch gut. Da war ein Tee drin. Habe ich den jetzt nicht gekriegt? Wo ist der Tee? Da, da, da. Oh. Schön. Und den Pfeil gibst du mir auch wieder. Komm. Oh. Ich habe natürlich keinen Platz mehr, aber ich muss ja mal gucken. Jetzt. Ah, ein Kaffee? Den können wir mal nehmen. Jetzt wird es spannend. Ach, da kann ich nur kaufen. Habe ich Geld? Acht. Acht. Das wäre das Ding hier. Das wäre das Ding. Das wäre das Ding. Aber das ist alles scheiße. Ich dachte... Ach ja. Na ja. Ist das zu? Entriegelte. Dann gehen wir doch da raus. Hätte ich auch andersrum... Naja. Whatever. Aber so jetzt durch das Gebiet gehen... Ich habe nichts mehr hier, ne? Was kann ich denn verkaufen? Ja, die werde ich vielleicht behalten. Die auch. Das würde ich verkaufen. Ich habe doch nicht irgendwie mal so... Rüstungshandschuhe oder sowas, wo ich dann meinen... Taschenmod reinmachen könnte. Und dann auch noch so ein blödes Licht hier, ey. Ah, Mann. Guck mal, wie langsam. Aber da müsste doch... ... ein Händler sein. Aber Vorsicht. Im Verbrannten ist natürlich auch mehr Gefahren, ne? Ja, ja, Mann. Ich weiß auch nicht... ...wie das jetzt mit den Schwierigkeitsstufen ist. Ach komm, mach doch mal ordentliches Wetter an hier. Fun, Pims, Petrus. Das ist doch all. So, jetzt wird's... ...lüstig. Gibt's hier eigentlich auch diese... ...diese Geier? Da geht's schon los, ja. Ach, solange jetzt hier nicht irgendwelche Hunde oder... ...oder die Bären ankommen... Ja. Ist schon besser mit die Knüppel. Was steht da jetzt? Verbrannter Wald. Okay, das ist jetzt ein Totenkopf. Also ist ein bisschen schwieriger. Hier. Aber wo war das? Ich geh jetzt nur bis zu den Gebäuden da. Wenn das der Händler nicht ist... ...nach... ...nach ein Stück weit gucken... ...dann... ...hauen wir mal wieder ab. Weil das ist so schon ein bisschen olle, ne? Ja, da ist doch der Tee, sehe ich gerade da. Dieser Stahlmagen. Was bedeutet eigentlich? Könnte ich jetzt auch mal diese Gammelbrote essen... ...ohne Durchfallrisiko? Oder was wird das eigentlich bedeuten? Sand? Hatte ich den jetzt... Ja, den muss ich nicht sammeln jetzt. Ne, das sind Gebäude. Das ist noch gar nicht. Wo war denn das mit dem Händler, Mensch? Ja, ist auch schon eine Weile her, dass ich auf der Meck gespielt hab. Ne, hier kommt nix, ne? Ich weiß auch nicht, ob das im anderen Biom war. Warte mal, wo ist mein Zuhause? Händler Jones ist mein Zuhause. Doch, das... ...das ist eigentlich da, wo ich jetzt war. Oder eben hier? Eigentlich würde ich nach Hause gehen. Da kommt kein... Nee, hier ist kein Händler. Da ist doch auch kein Händler da, oder? Ich hab aber auch nichts mehr frei. Was bringt das? 64? Da warte ich noch ein bisschen mit. Wenn ich so einen blöden Kochtopf hätte, ey. Könnte ich so ein Wasserwesens abkochen. Ab nach Hause. Hier erstmal aus dem Gebiet raus. Und dann gucken, ob ich nach Hause komme. Ich kann ja da nochmal reingucken. Ich kann ja kaum rennen. Ich hab auch noch nicht eine Quest gemacht und nix. Hab ich das alles mitgekriegt? Sogar das Klebeband. Guck mal. Die schmeiß ich jetzt aber raus. Naja. Ich seh' ich zu, dass ich nach Hause komme. Jetzt bin ich ja erstmal so ein bisschen ernährungsmäßig ganz gut dabei. Ah, das Wetter kommt wieder. Wir kriegen wieder ein Wetter. Das Licht geht wieder an. Es kommt schon wieder. Zäh, dann. Was ist denn hier drin? Nee, die lassen wir jetzt mal weg. Normal hätte ich die mitgenommen. Aber komm. Ach, hier ist ein Weg. Hab ich eigentlich Eier? Nee, ne? Aber guck mal. Hm. Ich muss zum Händler. Ich muss eigentlich verkaufen. Warte mal. Augenblick mal. Eine Sache will ich mal eben machen hier. Ja, schon wieder Federn. Mach die paar. Mach die paar. Ähm. Hab ich doch. Dachte, das hätte ich vergessen. Aber ich hab den ja markiert. Sollte ich da erst hin? Das wird eine verdammt lange Folge. Sonst mach ich die Folge für... Wenn ich noch eine Folge mach, wäre die für Samstag nach dem Stream. Und danach würden erst die... Ja, das kann ich eigentlich auch machen. Bisschen Verzögerung ist gut. Dann hab ich Zeit, die zu bearbeiten. Okay, dann könnte ich ja noch eine machen. Ich hab auch Bock. Ja, ich möchte natürlich vermeiden, dass ihr den Stream guckt. Und da ja auch mitkriegt, was ich mach. Und dann kommen auf meinem Kanal noch fünf Folgen, die vor dem Stream gelaufen sind. So, ne? Das ist doch doof. Aber eine würde gehen, oder? Das lass ich liegen. Pass mal auf. Das ist die Richtung hier. West, Nord, West. Also quasi nach Hause, wenn ich auch zum Händler will. Das ist echt weit, ne? Wo ist das Ei? Da. Aber die Feder, weiße. Dann nehm ich da lieber die Eier mit. Erstmal nach Hause gehen. Taschen ein bisschen ausleeren. Dann zum Händler gehen. Ja, ich glaub, das ist eine ganz gute Strategie. Strategie. Nicht die ganze Austausch verballern. Aber guck mal, mein Knüppel. Stufe 2. Mit Nägel dran. Da fängt es doch schon mit an, oder? Ne? Wo ist das langsam? Komm, willst du mal ein bisschen rennen? Das hat ja kein Zweck. Ich könnte, wisst ihr, was? Das mach ich auch. Wozu hab ich die Dinger? Ich benutze die nicht, weil ich denke, vielleicht braucht man die vielleicht mal. Pass auf, komm her. Das ist wie ein Fahrrad. Komm, das machen wir trotzdem eben. Hier. Wie lange geht das eigentlich? 11 Minuten? So lange wirkt das? Boah. Kein Honig. Ne? Da sieht die Welt doch schon ganz anders aus. Komm, wofür hat man das Zeug? Moment. Äh, ich hab das schon gedacht, dass der mich bemerkt hier. So. Und? Momentchen. Jupp. Oh, stoppi. Langsam. Und los. Und schon zu Hause. Ratzfatz. Wir haben noch 10 Minuten. Wenn ich jetzt schnell die Taschen ausleere, dann können wir uns noch einen Weg zum Händler machen. Mit Hilfe dieser Sparitze. Die sind nämlich gar nicht schlecht für solche Gelegenheiten. Gut, oh, jetzt hab ich hier noch. Irgendwann kümmere ich mich um den Scheiß da. Hier ist auch alles voll, oder? Den lassen wir mal mitnehmen. Das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Ne, das verkaufe ich. Das bleibt hier. Die werde ich wohl behalten. Die auch. Das. Hm. Raketenderferteile. Hm. Gibt's da was für? Hm. 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 Ich hab nur so was nicht. Das bleibt hier. Den nehmen wir mit. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Die verkaufe ich. Lass mal hier. So, voll, ey. Das verkaufe ich, was hier ist. So. Jetzt hab ich Hunger, ne? Dann nehmen wir die. Ich könnte ja eigentlich den reinhauen schon. Wupp. Ja, voila. Dann haben wir das Geld hier. Das kann ich so nicht brauchen, glaube ich. Das bleibt dann hier. Drei muss ich auch nicht haben, oder? Aber einen nehme ich mit. 83. Das ist nicht viel. Hab ich hier noch was zum Verkaufen, wo ich sagte, das kann ich verticken. Schnell kommen. Mir läuft die Zeit weg. Sieben Minuten noch. Das wollte ich ja behalten. Die behalte ich, weil die sind später wertvoll. Jupp. Ah, ey. Weißt du was? Das geht doch. Da passiert doch nichts, oder? Ah ja. So. Jetzt hab ich aber da... ... ... ... ... ... ... ... Warte mal gucken. Mach an. Den Weg folgen hier so abbiegen. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß das noch. Müsste ja irgendwann dann auftauchen. Jetzt kommt schon wieder so ein blödes Wetter. So. Das ist ja mit Sicherheit auch schon alles geplündert. Da ist ja schon der Keller offen. Dann könnte ich mir auch schon mal eine Quest holen, oder? Acht Minuten. Na. Das ist eine ganz andere Geschichte, ne? Sieben Minuten haben wir noch den Einfluss von diesem... Was ist da bloß drin, ne? Da muss doch irgendwie so ein ganz heftiges Zeug sein. Bin Sicherheit nicht gesund. Aber guck mal, weil ich satt bin, ne? Ich hab sogar noch... Kann gar nicht alles sogar verbrauchen. Steht da noch. Hm? Jetzt hab ich die Eier mitgenommen. Ist ja nicht schlimm. Die können aber dann hier oben hin. Und das hab ich auch mitgenommen. Das verkaufe ich nicht. Äh, das ist... Na? Brauchen wir noch. Hier hab ich ein Trauma. Hab ich aber schon erzählt. Mann! Ich hatte das überlebt damals, aber... Boah! Da hatte ich Puls. Hm. Ich seh immer noch keine Markierung. Hier, mach ich doch immer. Das hab ich nicht eingetragen. Handler Joel. So, jetzt ist das doppelt eingetragen. Sozusagen. Jetzt müsste ich das aber auch gut sehen. Ne? Bitte hat ich mir angezeigt, da oben. Oder muss ich noch näher sein dazu? Richtung stimmt ja, ne? Ah ja. Müsste ich so einen schnellen Wehpunkt machen. Dann sieht man das, ne? Naja, wird nicht angezeigt. Oh, ja gut. Muss man halt wissen. Was haben wir noch? Noch sechs Minuten. Das ist doch klasse, oder? Na. Da war das nur oben, ne? Müssen wir irgendwo raufgehen, hier. Äh. Äh, hier. So. Kollegah. Take your time. Moinsen. Also. Ähm. Kauf mal. Kauf mal. Kauf mal. Was war das nochmal? Moment mal. Stahlknüppel-Teile. Ah. Ich find den Stahlknüppel nicht so gut, weil der immer teuer ist zu reparieren. Ich verkauf sie jetzt mal. Obwohl das so ein bisschen, ich sag mal, umstritten ist. Hier, da waren wir auch vorläufig noch nicht. So. Was hab ich denn jetzt? 319. Was hast du denn hier? So. Wasser. Oh. So, zweimal Wasser. Das war's. Kohle weg. Mann, 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 ey. Was hast du denn sonst noch, Schliessin? Wieder aufhören, Tag 10, morgen. Hast du den Wasserfilter hier? Nee, ne? Hm. Und so ein Tresor-Dings haben sie auch nicht mehr. Ja, danke. Das ist da unten. Ja, gehen wir hier unten rum. So, ich jetzt ist da drüber gesprungen. So. Wupp. Ich meine, er wischte die Tür auf. Dann sind sie irgendwie mal, kriegt er bei einer Ansprache. Kommt drauf an, wie der bewaffnet ist. Dann sagt er, aha. Hm, hm, Tür auflassen. Aha, bin ich doof? Hm, hm, hätte ich nicht machen sollen. Bumm. Siehst du, und du bist tot. Aber die Tür ist zu. Guck mal, dann können wir schnell noch nach Hause rennen. Wie lange das hält? Ich hatte halt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe, glaube ich, jetzt ein, zweimal angewendet, diese Spritze. Dass die so lange anhält, ne? Aber ich bin da runter. Die Zeit ist jetzt auch abgelaufen für die Folge, ne? Aber längst. Ist ein bisschen länger, macht nix. Eine mache ich noch. Die kommt dann am Samstag. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Hier war schon leer. Ja, dann brauche ich da nicht reingucken. Dann ist das auch leer. Denke ich. Boah, elf Federn waren da drin. Ja? Was? Wie ist die denn? Ach, aua! Manne! Fällt dir eigentlich ein? Die habe ich so gar nicht bemerkt da jetzt. Ich hätte ja nur Rennen brauchen. Die hätte mich eh nicht gekriegt. Äh, da. Gehen wir so ein bisschen in den Hügel rum her. Ne? Oh, Geld! Ja! So! Oh! Ist ja den richtigen Timing mal erwischen. Dass ich nicht noch eine Backpfeife kriege. Das passiert ja leicht mal. Aber da habe ich nicht dran gedacht, ne? Als ich da mit meinen paar wenigen Lebenspunkten war. Und da habe ich gewartet, dass die sich wieder erholen. Ich habe das ja gemacht. Da diesen Heilfaktor ganz winzig. Und habe nicht dran gedacht, dass ich doch die Heildinger benutzen kann. Weil ich die wirklich nicht oft gebraucht habe. Ich habe meine Aktion ja immer so geplant. Dass ich das eigentlich gar nicht brauchte. Aber selten, ne? Und dann habe ich das nicht so vom Zettel. Länger nicht mehr gespielt. Und dann, ja. So! Da sind wir erstmal Tohus. Kann ich eigentlich jetzt auch schneller graben? Aus zwei Gründen. Einmal, weil ich den Leben brauche, um hier zu verstärken. Und weil ich ja hier... Das wird ja die Außenmauer. Die Mauer... Boah. Die Mauer wird ja dicker, ne? Also, wird ja eine zwei- oder dreiwändige dicke Mauer. Damit ich im Falle eines Falles wirklich gut abgesichert bin. Das wird ja mein Zuhause. Geht besser, oder? Ohne, ich habe meine Ausdauer weg. Naja. Ah, ja, ja, ja. So. Zwei Wässerchen. Zwei armselige Wässerchen. So. Ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen... Ich wechsle jetzt mal. Ich spring jetzt noch in die nächste Folge. Ich brauche nur ein paar Minuten, um mein Zeug zu sammeln. Dann mal alles ein bisschen auf Ordnung zu bringen. Dann machen wir an der Stelle nochmal weiter für eine Folge. Und dann geht es in die Folgen, die dazukommen, die im Stream passieren werden. Der am Freitagabend passiert. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Und freue mich sehr über Likes, die ich auch sehr wichtig finde. Und auch über Kommentare. Und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Und tudi. Tschüss.